Hallo und herzlich willkommen bei RettoCampaign. Ich bin heute wieder auf die Hand nach dem Ticket und heute auf das Spiel Looney Tunes. Viel Spaß! Ok, und los geht's. Erstmal die Lachen allein, sondern die Lachen. Für 10 Tage. Ok, und los. Dann werde ich erstmal die grünen Äckchen abschließen. Wo ist denn hier ein grünes Äckchen? Lachen und Lachen. Ok, jetzt mal drücken. Jetzt. Lachen. Lachen. Lachen, Lachen. 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 Lachen überleht. Lachen. Lachen. Gut. Fertig. Oh ne, das muss man nicht. Die Welt. Die Welt. Einzel. 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 Gut. 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 Wie ist die Welt? Da war ich doch gerade schon. Der war hier runter. Hier habe ich 5 Leute. Hier rund 2 drin. Okay. Ich weiß aber nicht, was ich brauche. Okay. Okay. Zum Nächsten. Okay. Ich weiß nicht, was ich nicht so gut ist. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht, was ich nicht so gut ist. Ein bis vier Puzzeteile. So viel besser. Glaube ich, die Arnussauce. Weitere noch etwas mit... ...neben. Auch nicht. Auch nicht. Darum muss ich ja gleich anfangen zu weiten. Auch nicht. Auch nicht. Also hier hätte ich schon zwei. Auch nicht. Auch nicht. Ich bin noch nicht freigespielt. Auch nicht. Das ist doch ein Mal. Auch nicht. Auch nicht. Geh! Liefer! Oh, das ist so toll. Ich bin ganz schön auf das Schwein hier. Na gut, dann machst du das. Let's go! Putz ist und starten. Was machen wir jetzt hier? Okay. 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 Das war die Begumschkacken. Was ist das? Ach, ich darf nicht verschweigen haben. Okay, ein Jackpot mache ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, dann finden wir mal. Angriff. 11200. Boah, wie soll ich in der Küche gebrauchen? Ah, Regina. Na, schauen wir mal. Also, ich werde nicht gewinnen, aber ich werde es probieren. Ich muss erst mal gucken, noch weiter. Wie bevor du das hast? Wie ist das denn gestern rausgezogen? Ach, da ist auch da. Mach vier. Mach vier verschwitzt. Das ist aber auch gemein. Warum sind die so stark? Bis zum nächsten Mal. ganz schön ich habe doch keine zeit putzen zu auch witzig aber ich bin glaube ich auf dem ersten platz jetzt noch nee, zweiter noch der hat einmal gewonnen das finde ich nicht der schlechte naja, egal, weiter gehts tägliche Herausforderungen nächste ok da steht aber hier am greifen ja ich kann doch gar nicht mehr auflevelen steht da ich kann auflevelen das ist sehr schön das ist sehr schön Untertitelung in impartialen Da kann ich nur alles belegen. Ah, da kann man mal kurz aufs Gesicht. Ah, da muss ich noch mal kurz aufs Gesicht. Ok, nochmal. Ah, da muss ich noch viel Zeit. Wie, das war's schon? Was wäre denn das jetzt? Ok, tut mir leid, Leute. Dann war's das schon für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, dass ihr dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüüüüüüüüüüüüü